Ah, ich bin nicht... Ich weiß nicht, ob das mit dem Aschenbächel war, das ist fast so... Ja, ich bin hier der Chef! Ich bin hier der Gehirnchef! Und dann kommt da eine Frau rein und so, ja, Toni, das Aschenbächel aus! Und tu die Füße vom Tisch! Blödsinn, das hast du dir so ausgedacht. Ne... 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 ja... Ja, ja, ne... 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 Aber du hast ja öfters mal gesagt und so, ja, ich bin der Chef hier und Dinge, so aus Gaudi halt auch oft und so... Und das hat halt so gepasst halt einfach. Also ich glaub das war sogar in der Woche oder so, aber keine Ahnung. Ich mein, das warst du ja jede Woche einmal, also. Sagt er zu seiner Frau und lehr den Raschenbrücher aus. Und Toni nimmt die Füße vom Tisch. Hat was. Wann der mit dem Chicken Burger? Vor allem mit dem Chicken Burger hat der Rias ja noch auf Video, ne? Ich glaub das ist sogar noch auf YouTube, ich weiß es nicht. Hm, kennt nicht mehr. Transport wäre von Tindrim aus, ne? Ach, scheiß geduschen, Mann. Hätte ich später auch noch. Wollen wir jetzt nur was zu trinken oder machen wir Transport, okay? Na gut. Geil. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank und safe den Stack. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. So, da bin ich wieder, dann laufe ich nach der Bank. Was war denn los? Kann mich nicht bewegen, ich hab keine Bewegungspunkte. Oh. Keine Bewegungspunkte. Oh. Nur auf Bewegung. Hab ich grad das Viech geheilt? Ja, aber bei mir brauchst du dich nicht bewegen. Ich mach das schwer. Wir müssen bei unserer Frauenfeindlichkeit hier arbeiten. Wer von euch möchte der Frauenbeauftragte sein? Ich schlag den Wohner vor. Ich würde mich da als Führer anbieten. Als Führer? Müsst das denn eigentlich die Sahra sein? Weil sie der einzige Frau ist oder so? Warte, ey. Nein. Nein. Der Frauenbeauftragte. Verstehst du? Beauftragte in etwas. Für unsere Firma ist auch der größte Frauenfeind der Frauenbeauftragte. Wir tun nicht locker einen. Oh, das darf ja gar nicht hauen, das Ding. Guck mal, es haut sogar schon vor dir ab. Wenn's vor dir abhaut, ist es kürzer gesprochen vor Haut. Es ist nicht so, dass du mit ihr abhaut, oder? Wenn's gut ist, ist es so, dass du die Führer aufhaut, oder? Ich würde mal mit dir abhaut. Das ist so, dass du die Führer aufhaut. Und das ist so, dass du die Führer aufhaut hast. Ja, ich schluck dir kurz auf. Ich hab mich auf meinen Maunthacken geformt. Ja, ich schluck dir kurz auf. So, dann schauen wir doch erst mal, wie ich Tech anhöne. Alter? Ja. Das Haus sieht früher aus wie in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, Schwarz. Alles Grün. Er hat viel neben's noch. So, ja, hm. Scheiße gelaufen, wa? Ich hab immer halbe Sachen machen muss. Aha! Wie bitte? Halbe Sachen? Ich hab das letzte Mal halbe Sachen gemacht. Gemma? Okay, stimmt. Ich hab mit dir das halbe Schnitzel geteilt. Wovon redet ihr denn? Schnitzel? Ja, von halben Sachen. Also, ja, ich teile mit der Sarah viel. Also, es ist alles halb, ne? Ich glaub, das meinte sie damit. Ja, da kannst du von Glück reden, dass in Sarahs kleinen Händen alles halb so klein erscheint. Bester Mann. Bester Mann. Verstehst du? Dann würd ich mal slash G und in War eingehen, weil wir haben hier jetzt... Ey, du hast du die ganzen Sachen, ne? Ja. No current wars, haben wir. No pending wars. Steht hier drin nicht. Okay. Weißt du noch, mit wem ich das letzte Mal mit war? War das mit Red Pack oder mit Headra? Ja, ich glaube eher. Ach, mit deiner Headra? Ach so, alles klar. Ich hab alles. Ja, also wir sind nicht in nem Krieg oder was. Muss ich den mal umlocken. Ich hab mich jetzt mit Headra, Headra, Headra gelockt. Ja, aber ich hab doch eh alles. Ich glaub, ihr musst doch mal sicher gehen, dass Herr Headra gesagt hat. Oder im Englisch ausgesprochen, Heathra. Ja. Heathra. Ich, Fritz, der Kriegsgott. Äh, ja, aber... Ich stehe in den App, okay. Warte mal hier rum. Das war's zerfressen. Mein Gaul. Wo ist denn das ganze Zeug? Wollt ihr mich verarschen? Das hat ein fett Wohn da hinten. Dann könntest du sagen, wo ist denn das ganze Zeug? Da ist er oben. Okay, wir haben ne Bow, Weapon, Armor, Butcher. Oder wo ist denn der Nah? Wo ist denn der Wo? Nah? Okay. Was ist versucht? Und ich bin gescheitert. Ich kam, sah und wischte es weg. Äh, ne Moment, warte. Cäsars Worte waren irgendwie anders. Keiner kann so dumm sein wie ich und solche Sprüche rauslassen, ja? Ja, das wollen wir mal hier klargestellt haben. Das ist gut. So, stopper. Dit ist das neue Vort ursprung, war da oder okay okay weil es du es bist okay ich merke der Witz hat langsam den Witz verloren boom boom pow wow war noch ein paar Helme gekriegt okay Tag anmachen draußen oder? fuck man warte lieber oder? sag ich nicht wann? ich weiß nicht was denkst du? ich geh jetzt erstmal in die Arena ja ja ich warte wo sind die Sahne? in ihrer Tasche äh trainieren wir laufen wann denn? ich hab den Quark nicht bewegt seit wir das letzte Mal da war der ist Level 27 ja nächstes Mal wenn du offline gehst dann musst du Stellen bestatten das ist ein TT von der Hilde hat der gerade Seebestattung gesagt? ne ich hab den nicht ne ich hab den nicht